Hallo und auf Latein salvete discipuli, discipuleque. Hier ist wieder eure Pia. In diesem Video möchte ich euch den Hexameter erklären. Dazu solltest du bereits die Regeln des Skandierens kennen. Dazu kannst du dir auch das Video Metrix Skandieren von mir ansehen. Der Hexameter ist einer der am meisten verwendeten Rhythmen in der lateinischen Dichtung. Weitere sind zum Beispiel der Pentameter und der Händekasse Labus. Die Rhythmen legen fest, welche Silben du in einem Vers lang oder kurz und betont oder unbetont vorlesen musst. Hexameter ist also ein Name für ein lateinisches Versmaß. Jeder Vers in einem lyrischen Text ist dann ein eigener Hexameter. Der Versfuß bzw. das Metrum im Hexameter ist der Daktylus. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten, dass du willst und ohnestromreich sind denTs. Probiere es am besten, dass du kannst. Vielen Dank.